Berlin hilft dir nicht. Du kannst höchstens Berlin helfen, eine schönere Stadt zu werden, aber wenn du schlecht drauf bist, dann wird es dich nicht aufrichten. Und wenn man eine Stadt kritisieren kann, wenn man überhaupt eine Stadt kritisieren kann für irgendwas, dann ist es natürlich das, dass diese Stadt dir nichts gibt. Die nimmt nur.